Nö, Mom? Wollt du das Pumppchen mitnehmen? Das bringt mir ein Harz. So, wo bist du? Ähm, rechts lang. Hier bin ich. Hallo, guten Tag. Ich hoffe, du würdest das ganze Spiel so spielen. Boah, ich würde die Krise kriegen. Ich fand deine Frage so süß, als du gefragt hast, und wann man gewinnt. Ja, keine Ahnung. Äh, wo geht's jetzt lang? Äh, ich fall zum Strand runter. Ähm. Hier, ich bin hier. Ach, da. Zum Willi. War schon ironisch, dass das Spiel so quasi weg von Technologie ist, und wenn zockt das am PC. Ja, ja, Schande. Ahoi, Fräulein. Hab gehört, es gäbe den Neulingen in der Stadt. Gut, dich endlich kennenzulernen. Was? Zum Erte gesagt, zum Erte Böschchen gesagt. Ah, ich versuche immer noch. Okay, das ist jetzt, das wird jetzt gerade komischer Akzent. Ich lass das lieber. Oh, endlich genug gespart. Ich kann kein, kein... Was ist denn das? Du kannst nur alt haben. Ah, du meinst so schottisch? So ein, äh, Angler, alten Piraten. Kann ich nicht nachmachen. Nein. Also erinnert mich ein bisschen an den. Äh, was von meinem Laden? Ha, ich kaufe gar nichts in deinem Laden. Du bist immer noch so mega leise. Ich mach dir jetzt noch mal ein bisschen lauter. Das geht so nicht. Und ich hab ne Bambusstange. Ja, das ist ne Angel. Aber ich, ich, ich kann das mit dem Angeln irgendwie nicht. Du kannst ja mal ausprobieren. Ja, ja. Pst, 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 pst. Okay. Äh, oh ja, mein Laden ist jetzt wieder offen. Komm vorbei, meine Vorräte brauchst. Ich kaufe auch alles, was du trinkst. Wenn es stinkt, verkauft sich bestimmt hoch. Ho, 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 ho. So, äh, okay. Ist egal wo? Also hier könnte ich auch angeln? Ja. Okay. Äh, Angeln. Aber irgendwie schaffe ich das nicht. Ich bin da ein bisschen blöd. So. Hast du ne Brille auf oder so? Treffer. Irgendwie sieht dein, dein Gesicht so komisch aus. Äh. Warte mal, klicken, um Leiste anzuheben. Loslassen, um Leiste zu senken. Leiste hinter Fisch halten. Ja, das ist voll schwer irgendwie. Nein, Fischi. In die andere Richtung. In die andere Richtung. Ja. Drei Zentimeter Sardine hab ich gefangen. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Habe ich was gefangen? Ja, ein Hering. Boah, warum ist denn das so? 20 Zentimeter. Ah. Oh Mann, jetzt will ich ein größer Pfeffer fangen. Durchbohrt mit meiner Angel. Boah, sieht voll brutal aus. Ich guck mal, ob irgendwas Schönes am Strand rumliegt. Hey, warte auf mich. Ich bin doch nur zwei Meter weg. Oh ja, eine Mopfel. Noch eine Mopfel. Huch. Noch eine Mopfel. Ich hab keinen Platz mehr. Beim Inventer. Noch eine Mopfel. Äh. Ach nee, nicht Angel. Kann ich dich eigentlich auf der Karte sehen? Ja. Ach, das ist geschlossen. Hä, wo geht's denn hier lang zum Strand? Hallo. Warte mal, ich guck mal, ob der Elliot da ist. Hallo, Elliot. Es ist verschlossen. Nur Freunde von Elliot können eingeladen eintreten. Okay. 300 Holz. Lauf. Oh, okay. Mit 300 Stücken Holz könnte man das hier reparieren. Wird da noch ein bisschen, bis wir das haben. So. Oh, da ist wer. Da ist Elliot. Hallo. Sag, ich dachte immer, ich dachte immer, dass das ein Typ wäre. Äh, dass das ein Mädel wäre. Aber ich hab letztens ja was gefunden, dass es einfach ein Dude ist. Ja, aber er sieht doch voll aus wie ein Typ. Findest du? Ja, voll. Also ich hab mal so ein Reitermädchen gedacht, irgendwie, in dem Kostüm. Wo müssen wir jetzt hin? Ich renne hier gerade durch die Gegend. Huchst du auf der Garte? Oh, das sieht aus wie ein Altar oder so. Hallo. Ich schreie. Hab ich schon mit dir gequatscht? Ich weiß es gar nicht. Oh, du bist das neue Bauernmädchen oder so. Nicht? Ne, anscheinend nicht. Wie viele hab ich denn jetzt? Sag hallo. 13 von 28. Boah, das dauert ja noch ewig. Ne, da komm ich auch nicht rein. Super Fashion Girl Magazin. Hallo? Hallo? Ja? Ja, guten Tag. Es wird schon wieder dunkel. Ich fange halt gerade. Ich fange hier so einen krassen Nachtfisch. Kann ich da durch? Ja, da ist keine Tür. Ach, den Vincent. Der Vincent, der Vincent. Ich laufe schon mal eben zurück. Ich habe Seetan gefangen. Ja, nicht schlecht, ne? Nicht schlecht. Immerhin etwas. So, wir geht's dann wieder zurück. Es ist schon dunkel. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Es ging ja da so hoch, ne? Genau. Muss ja, muss ja gucken auf die Karte. So. Ich gucke auf Karten. Dann mache ich das. Und der Fisch. Aber man muss ja eigentlich die Energie komplett ausnutzen, ne? Ja, deswegen hacke ich jetzt auch noch ein bisschen. Habe ich mir so überlegt. Hacken? Bisschen hacken und Sachen. Bisschen hacken. Ja, warum hast du aus der Natur draußen hingestellt? Ne. Guck mal, die sind Kühe. Ne, meine Truhe steht im Haus. Du bist auch gerade gar nicht bei uns. Du bist langsam erschöpft. Zwölf habe ich noch. Da geht noch ein bisschen was. So. So. Ach, wir haben auch so einen Teich. Das wird ja richtig zappenduster hier. Ich habe so Angst. Da komme ich aus dem Gebüsch. Hm, okay, da komme ich nicht durch. Oh, ne, ich bin so erschöpft. Ich muss, kann jetzt nur noch so langsam laufen. Huch. Oh nein. Scheiße. Verdammt. Okay. Da ist ein Stein, da komme ich nicht weiter. Hä? Wo bin ich denn? Bin ich, bin ich richtig? Ja, ja, du bist auf unserem Grundstück. Du musst nur ein Stück nach rechts gehen. Ach, okay, okay, okay. Du bist so verwirrt, das ist so witzig. Ja, du hast doch schon voll irritiert. Ja, ich, ja, ich weiß, ich weiß. Ah, okay. So, der Stein kommt da noch rein. Irgendwas wollte ich noch machen, oder? Ich weiß nicht, ich gehe mal schlafen. So, ins Bett gehen, ja. Warten auf andere Spieler. Kämpfst du dich immer noch ins Bett? Äh, ich bin noch im Hacken. Und noch ein Baum. Kann ich dir mit dem Harz eigentlich so anstellen? Ähm, damit kann man nachher äh, Fackeln und sowas zum Beispiel machen und andere Sachen. Hm, kann ja noch ein bisschen Halt. Ich hab viel mehr Energie als du. Sag der mir dann irgendwann, dass ich müde bin, oder? Bitte? Ja, ja. Sag der mir gleich. Du bist langsam erschöpft, aber ich kann immer noch hacken. Ja, aber du kippst dann halt irgendwann um, also. Okay, dann gehe ich mal besser rein. Ist ja auch schon zwölf gleich, ne? Ins Bett gehen, ja. So, und ich glaube, Holz, so sollte ich am besten lagern, ne? Achseffektivität. Ja, solltest du. Bäume lassen, manchmal Samen fallen. Neues Herstellungsrezept. Wilde Saat. Und einen Müsli-Riegel können wir jetzt herstellen. Okay. Okay, cool. So, 150 Gold, immerhin, ne? Shit, ich hab gar keine Samen gekauft. Ich wollte ja eigentlich noch Samen holen. Ja, das ist doof. Oh, es regnet. Ich, ich, am Regnen. Ach, jetzt hab ich aus Versehen hier, wenn meine Truhe abgebaut ist. Dann müssen wir wenigstens die Pflanzen nicht messen. Oh, lol. Ich hab meine Truhe abgebaut und ich kann jetzt nicht mehr aufheben, weil ich hab die... weil mein Inventar voll ist. Kannst du nicht irgendwas verkaufen? Du hattest doch noch so Blumen oder so im Inventar. Ach, jetzt hab ich ne Sartine gegessen. Egal. Eine Sartine. Eine Sardine. Saradine. Eine Sartine. Das kann weg. Du musst die Baumstämme auch mit abholzen. Du lässt sie immer stehen hier. So. Ich guck mal, wie's bei dir drinnen aussieht. Hallo. Hallo. Kannst du eigentlich meine Truhe? Ja. Ich klau dir jetzt dein Holz. Oh. Oh nein! Jetzt hab ich mein Holz mit reingepackt. Wie viel hattest du denn jetzt? Ich glaub 64 oder so. 65. Nee, dat war... dat waren 63. Ich hatte... Ja, du... Kleine... Sorry. Muss man eigentlich gießen, wenn man, äh... Bitte? Dann gießen. Muss man... muss man da noch gießen? Nee, da musst du nicht gießen. Follen wir gleich mal ein paar Samen kaufen, dann können wir neue Pflanzen anfassen. Ja? Ist das ein Ja? Ja, kann man machen. Kommst du das eigentlich auch an der Gäber mal in die Luft hackt? Ja. So, ein bisschen Holz. Blubb, 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 blubb. Oh nein, mein Inventar ist voll. Da muss ich mal eben was wegbringen. Das ist irgendwie so nervig, wie klein das am Anfang ist. Da passt irgendwie gefühlt nix rein. Schon, ne? So. Äh, dauert's eigentlich so ein paar Sekunden? Muss ich, äh, verschwinden dann die Sachen, die ich da gehackt hab? Also muss ich die schnell looten? Ähm. Boah, das ist ne gute Frage. Also so schnell verschwinden die nicht, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt verschwinden. So, ich geh mal eben in die Stadt und kaufe ein paar Samen. Ey, warte auf mich. Okay. Okidoki. Ich mach nochmal kurz das in den Tal leer. Ich hab schon 150 Holz, Alter. Krass. Ja, läuft bei dir, ne? Ein paar Rich. Kleine Rich Bitch. Wahrscheinlich ist das so wenig. Mir kommt das nur so viel vor. Oh, die Pflanzen bewegen sich, wenn ich da durchlaufe. Hui. Och, ihr alles kaputt, Junge. So, können wir auf ihr um irgendwas rum pflicht, was wir noch mitnehmen können? So einen Mist aufsammeln, den wir finden. Ne, hier ist nix. Wo man den Kram verkaufen kann. Bitte? Oh, da steht doch der Bus. Ja, aber man kann den halt nicht benutzen. Weißt du, das ist halt so ein bisschen merkwürdig. Was steht da nochmal? Der Bus Richtung Calico-Wüste ist momentan nicht in Betrieb. Wahrscheinlich muss mir jetzt mal genug Sachen vorspielen. Jaja, klar. Du hast halt auch so ein kleines Kaff, ne? Da will wahrscheinlich auch keiner hin in die Wüste. Ja, ist halt die Wüste, ne? So, 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 so. Also hier bei Pierre's, das ist der Laden, wo wir halt Samen und sowas kaufen können. Genau. Mittwoch ruhe. Ach, toll. Ja, toll. Ja, gut. Wollen wir eigentlich die Bäume kaputt machen? Ich glaube nicht, ne. Oder? Sicher? Ich weiß es nicht, ich probiere es mal aus. Ne, kann man nicht. Dann gehe ich nochmal eben zum Strand. Warte, erst mal, ne, das machen wir auf dem Rückweg. Auf dem Rückweg gibt es ein schönes, kühles, blondes. Erstmal zum Strand. Na, willst du am Strand? Dann liegen halt Muscheln manchmal rum und so und das kann man halt alles verkaufen. Weißt du? Wo bist du denn? Am Strand. Ach, da über die Brücke, ne? Ja. Kannst du Brücke, Brücke sehen und sterben? Ja. Haben wir den nicht letztens gesehen? Mit irgendwem habe ich den geguckt? Ja, mit mir nicht anscheinend. Ja, weiß ich nicht, wie ich den gesehen habe. Ich habe den noch nicht geguckt. Ich wollte schon schon mal sehen. Aber der war sehr gut. Mit wem habe ich den denn geguckt? Was war das denn? Völlig griffiges Sound. Ja, ne? Das kommt irgendwie immer, wenn es regnet. Ich finde das auch voll gruselig. Oh, hier ist eine Höhle. Eine Höhle? Ja, oder irgendwas. Warte, ich komme zu dir. Wo bist du? Da kann man nicht durch. Zeig mal. Ich möchte auch gucken. Wo bist du denn? Ja, hier. Hä, wo bist du? Da bei dieser Hütte, rechts. Bei der Hütte? Bei der Fischerhütte? Ja, hier rechts. Da bei diesem Boot. Hä? Hier. Ach, guck mal, hier ist so ein Emo. Was? Ja, guck, da sieht das aus. Ja. Ja, hier rechts oben eigentlich. Hier, sah aus wie so ein Eingang. Da oben. Ich glaube, das ist einfach nur eine Baumlücke. Ja, ich... Ich glaube, das hat keine tiefere Bedeutung tatsächlich. Ja, aber ich habe hier, ich glaube, das ist ein Gerücht, dass ich hier mal... Was für ein Gerücht? Kann man eigentlich irgendwas graben? Boah, also hier nicht, nee. Ah, doch? Hey, das habe ich ja noch nie gesehen. Oh, ich habe Lehm gefunden. Oh, sehr gut. Lehm ist wichtig. Ja, siehst du? Meinst du, das geht wieder weg? Das sieht nämlich irgendwie ein bisschen bescheiden aus. Ich hoffe nicht. Dann graben wir mal. Ja, das kostet ja alles... Ach, Lehm. Ich grabe einfach nur so rein durch die Gegend. Oh, Lehm. Verstückt. Lehm ist gut. Oh, ich habe auch Lehm. Dann können wir uns... Oh, noch ein Lehm. Das Silo bald holen vielleicht. Ist halt ganz geil mit dem Gras dann. Oh, ich bin langsam erschöpft. So, ich hau mal... Ich hau mal ab ins, äh, Dings. Wann war... Wann war... Bisschen... Bisschen was trinken gehen? Ja, ich habe hier schon fast keine Energie mehr. Wieso kann ich denn da nicht graben? Du fühlst dich vor Überanstrengung träge. Shit. Achso. Nein! Warte auf mich. Oh, da ist wieder der creepige Sound. Boah, bist du langsam. Ja. Oh, guck mal. Ich bin Loni. Ich kann nur so laufen. Ich kann mich die ganze Zeit umkreisen. Maaan. Wo ist das denn? Wo muss ich denn hin? Ich suche, ich suche, äh... den Saufschuppen. Wir haben Suppe-Suppe-Schuppe. Suppe, 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 Suppe. Hallo. Hallo, Emily. Was geht ab? Ja, saluen. Seltene mächtige magische Ringe. Bla, bla, bla. Ich will da rein. Lass mich rein. Ich will da rein. So, hallo. Kann ich mich kriegen? Ja, ich bin super. Warum kann ich nicht mit ihm reden? Achso. Äh, musst du wahrscheinlich von der anderen Seite. Ach Gott. Ach, Gurtchen. Ja, hallo, Sarotti. Äh, ja, danke, dass ich... Ja, schön, ich bin willkommen. Spielmelodie laden. Was? Frühling. Jukebox. Ja, da steht nur, dass ich willkommen bin. Kann ich die Kasse klauen? Nee. Ja, ich kann... Der sagt dann nur, hallo, der ist ja froh, es nicht zu sehen. Ach doch, da kann ich was kaufen. Salat. Oh, das hab ich ja noch nie gesehen. Omelett, Rezept. Ach, wir können hier Rezepte kaufen. Kann man das wahrscheinlich nachher selber herstellen. Geschwindigkeit plus eins. Hallo, Pam. Das ist ja voll teuer. Brot, 120 Gold. Hallo, Lea. Das ist aber Wucher hier, ne? Also, Wucherpreis. Ach, hier, hier. 400 Gold? Ja, voll teuer, ne? Ich trinke ja nix. Nee, ist auch die Hälfte unseres Goldes. Hey, Kind, ich heiße Pam. Guten Tag, Pam. Ich finde, die sieht auch... Die erinnert mich so ein bisschen an Camerons Schwester Pam. Die sieht auch ein bisschen so aus. Von Modern Family. Die Pam hier. Und den blonden Haaren. So ein richtiges Farmer. Ja, aber schon, ne? Komm, Härchel, mit dir reden. Lauf nicht weg von mir. Nein, ich habe keine Zeit zum Plaudern. Ist ja gut. Ist ja gut. Ach, HW, hi. HW. Vergiss nicht dir die Handvollzeilen. Ich wollte eh nicht mit dir reden. Ach, der will die. Ahoy. Das ist nett, junge Leute enthalten zu sehen. Soll ich, äh, dackeln, mal zu... Ich brauche, hier sind so Spielautomaten. Zurück ins Bett. Das dauert wahrscheinlich eh. Oh, jetzt habe ich auch noch angeklickt. Ja, da kann man, glaube ich, Minispiele machen, ne? Aha, okay. Äh, kann man da irgendwas gewinnen? Oder bringt das irgendwas? Äh, weiß ich nicht. Müssen wir ausprobieren. Okay, die Musik ist jetzt schneller geworden. Immerhin ein kleiner Sieg. Mein Gott, das dauert ja ewig, bis ich zu Hause bin. Schneller. Oh Gott, sind das viele Viecher. Hilfe. So. Packen wir die Muschels noch weg. Kann ich damit eigentlich irgendwas machen? Das würde ich, äh, das würde mich mal interessieren. Äh, weiß ich gar nicht. So. Können wir dann eigentlich noch so herstellen? Steinschild. Oh, hallo. Hallo, Abigail. Holzpfad, Schotterpfad, Lagefeuer. Und, hier ist noch jemand. Das ist ja erstmal uninteressant. Hallo, Clint. Ich bin ja wohl vieler im Sauchlad. Ja, man hat ja hier sonst nichts zu tun, ne? Ja, den Bauernhof, den Hof bestellen und trinken. So. Es ist so dunkel hier drin. Das stört mich irgendwie. Kann ich hier drin Fackeln aufstellen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist so versicherungstechnisch ein Problem. Ja, es ist auch ne, es ist, die ganze Hütte ist komplett aus Holz. Ist das deine Truhe? Das ist die Verkaufstruhe. Da können wir die Sachen reintun, die wir verkaufen wollen. Ah, okay. Und was will ich denn da verkaufen? Hast du irgendwas, was man verkaufen kann? Ich hab Fasern. Ne, die würde ich nicht verkaufen. Aber du hattest doch, wenn zum Beispiel so ne, so ne Blume und sowas aufgesammelt ist. Ja, du kannst es haben. Ja, genau. Das kannst du verkaufen. Okay, und dort mach ich... Und dann, okay. Ja, dann sag ich mal, gute Nacht, ne? Ja, ich hack hier dann ein bisschen. Angenehme Träume. Ja, dann hack mal ein bisschen. Ne, ich spitzhacke. Ich kann hier ein bisschen Steine machen. Ins Bett gehen, ja. Sehr gerne. Oh, schon wieder dieser Sound. Ach Gott, das ist gruselig. Das ist voll creepy, ne? Ja, vor allem, das ist bei so Spielen, wo man sowas nicht rechnet, ist was creepy. Ja, finde ich auch. Das macht es irgendwie noch mal gruseliger. So. Mal die Truhe vermachen. Ich gehe ja schon richtig langsam jetzt. So, Lehm. Und Kohle hab ich. Und Stein kann ich ja auch reintun. Die Faser, hast du gesagt, braucht man noch? Ja, die würde ich erstmal nicht verkaufen. Aber das ist nicht alles. So, weißt du? Ne, ich hab dir jetzt nur in Truhe getan. Ich wollte nur wissen, ob man die braucht, oder nicht. Ja, ja. Ja, ich möchte die E-Bab geben. Jo, jo. Das ist ja fast wie hier in Real Life, ne? Och, ich hab ein wildes Saat-Rezept. Sammeln. Fischen. Warum hab ich das jetzt erst bekommen? Was hast du bekommen? Das Rezept und Müsli-Riegel. Das hast du doch einen Tag vorher schon. Jo, stimmt. Warum hast du das jetzt erst bekommen? Weiß ich nicht. Vielleicht hast du am Anfang mehr gehackt. Dein Fortschritt wurde gespeichert. So. Oh, die Sonne scheint wieder. Oh, die Pflanzen wachsen schön vor sich hin. Weißt du, was mir gerade auffällt, was wir schon wieder vergessen haben? Was denn? Achso, nee, es war ja Mittwoch. Genau, da war was. Ich wollte gerade schon wieder sagen, was wir schon wieder vergessen haben, Samen zu kaufen. Aber ging ja nett, ne? Das sieht doch richtig schön aus hier. Ne? Hm? Ja, ja, ja. So, ich hack mal wieder ein bisschen. Du machst die Stämme nie weg, du böser Junge. Du musst die auch wegmachen. Ja. Ja, ja. Ja. Verdammt, wieso gehen die alle kaputt? Was sind denn jetzt so die wichtigsten Rohstoffe am Anfang? Ähm, Holz und Stein und Fasern, würde ich sagen. Oh, ich hab auch was bekommen. Jo, da können wir uns nachher Müsli-Riegel rausmachen, wenn wir dann in die Minen wollen. Sie sind hier ganz praktisch. Du hast den Stamm schon wieder nicht weggemacht. Ja, ich bin hier direkt gierig, äh. Das ist ja wie im Real Life. Ja? Muss ich alles, alles hinterherräumen. Ey, guck mal, ich hab jetzt den Ahornsamen gemacht und jetzt ist die Erde da nochmal. Warte, wo? Du kannst die, glaub ich, einpflanzen. Hab ich doch. Siehst du das? Hier. Vielleicht wächst da jetzt ein Baum. Oh Gott. Was hast du getan? Oh nein. So. Also, Holz, hast du gesagt, ist wichtig? Ja. Okay. Also, im Moment haben wir ja eh nichts viel zum Bauen oder Farmen. Wir können halt, äh, nachher einen Hühnerstall bauen. Äh, wo ist denn meine letzte Energie hin? Das hab ich denn jetzt schon wieder nur so wenig. Du bist langsam erschöpft. Hä? Ich hab doch jetzt noch nicht 200... 260 Energie verbraucht. Was ist das, was ist denn da passiert? So, wollen wir gleich in die Stadt und dann... Ja, ich kann dann... Das ist ein Ahornbaum. Äh, können wir nochmal Samen holen, neue? Ja. Ja, äh, ist egal, wo ich diesen Baum pflanze? Äh, ich würd die erstmal nicht pflanzen sogar. Tatsächlich. Weil, wir können da halt raus halt diese Müsli-Riegel machen. Ach Gott, jetzt hab ich aus Versehen... Ne, du kannst den kaputt machen. Du kannst den kaputt machen. Wie geht das denn? Hab ich schon. Ähm, da können wir halt... Kann man halt diese... Soll der den hier auch kaputt machen? Ja, der ist, glaub ich, jetzt schon eingepflanzt, weißt du? Weil da war ja diese Erde. Nö, ist weg. Ach, okay. Ähm, da können wir halt die Müsli-Riegel rausmachen. Die sind halt ganz praktisch. Okay. Oder halt irgendwas anderes. Ein Blümchen. So, das nehm ich nochmal eben mit. So. Ach, ich muss mal kurz ans Telefon gehen, ja? Ich lauf dir hinterher. Okay, mach das. Ich kaufe schon mal ein bisschen was ein. So, was haben wir hier? Eine Quest. Quest, Quest. Aushilfe gesucht. Ich hätte gerade so gerne Brasse. Was ist denn Brasse? Ist das ein Fisch? Keine Ahnung, was das ist. Ich nehm's mal an trotzdem. So. Dann wollen wir mal ein bisschen was kaufen gehen. Zehn Tage. Zwölf Tage. Sechs Tage. Das ist ja alles so lange. Vier Tage. Da nehm ich mal ein bisschen was mit. Blumenkohl. Und ein paar Kartoffels. Ich eran JaakTik. Wie einfach das ähnически. Bis dann bohse ich Aquí.